Hallo und Willkommen zu diesem neuen Böller Video von mir. Ok so, jetzt habe ich hier China Böller A von Veko, dann China Böller A von Keller, vor 2010, dann hier welche von Keller, das ist jetzt interessant, hier hat Keller 2015 dasselbe Logo wie KOMETE, ach so natürlich, ach die wurden ja übernommen, ah ja ich bin schon ein bisschen, ok und dann hier die von KOMETE, viel Spaß beim Test. China Böller A, Veko, Keller, KOMETE und Neustacharge. Weko 105,9. Die alten von Keller 106,1. Hier hat sogar 106,8 gemessen. Und die neuen von KOMETE 103,6. Dann tschüss, bis zum nächsten Video. KOMETE KOMETE